Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Partner bei Koalitions-Coach und so weiter und so fort. Diesmal Video-Blog, kannst mir auch Fragen stellen. Über einen Formel auf Liebeschip.de, Selbstwürfe-Challenge geht gerade los. Ich glaube, Wohlfühl-Challenge auch und meine vielen, vielen anderen Kurse. Bald kommt auch was ganz, ganz Neues von mir, aber stay tuned. Abonniert dafür vielleicht meinen Kanal. Und wir haben heute mal mit der spaßigen Frage zu tun. Ja, warum, ich habe einen neuen Partner, warum denke ich noch so viel an meinen Ex? Kann das was mit Grundsätzliches, mit meinem aktuellen Partner zu tun haben? Genau, Frage von einer Zuschauerin von Katlebskula. Lieber Christian, ich schätze deine Videos sehr und schaue mir sie fast täglich an. Du hast vor einigen Jahren schon mal ein Video mit dem Thema Bindungsangst und Liebessucht in meiner Situation gemacht, was sehr hilfreich war. Ich bin Anfang 30, seit zweieinhalb Jahren promovierte Boccia-Spielerin und seit fast fünf Jahren mit einem etwa drei Jahre jüngeren Mann zusammen. Genau, also Beruf spielt ja jetzt hier keine Rolle, aber promoviert. Ich fand die von Anfang an körperlich nicht attraktiv. Das ist immer schwierig, ne? Ich meine, das Physical, wie die Engländer es immer nennen, ist sehr wichtig. Und gut, aber genau, gerade bei Frauen ist es natürlich überhaupt nicht so, dass Attraktivität eben nicht nur körperliche Sachen mit reinspürt, sondern auch Status. Da kann man sich nach links und nach rechts rollen und sich drüber aufregen, aber es zeigen einfach alle möglichen Untersuchungen. Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen. Genau, vielleicht, Ego spielt ja, Ego wird ja immer wieder total unterschätzt. Vielleicht fand es auch gut, jemand Jüngeres zu daten. Keine Ahnung, musst du mal gucken. Er war total lieb und hat sich sehr um mich bemüht. Ja, das ist halt nicht so unbedingt männliche Polarität, sag ich mal. Du kannst ja auch mal in die Datingkurse für Männer und Frauen gucken. Er hat mir schnell gesagt, dass er mich liebt und baut immer auf, was nach der schwierigen Beziehung zu meinem Ex... und baut mich immer auf, was nach der schwierigen Beziehung zu meinem Ex, der mich nicht hinreichend geliebt hat, balsam für seine Seele war, für meine Seele war. Ja, das ist natürlich wunderbar. Ist die Frage, kannst du es annehmen? Das ist natürlich eher so der Freundschaftsaspekt von Beziehungen. Scheint dich nicht so anzutören. So, er studiert auch Watcher und verschiebt sein erstes Examen seit mittlerweile vier Jahren leider immer wieder von zu Termin zu Termin. Das macht ihn, erhöht nicht gerade seinen Status und fuck dich ab. So funktioniert das halt häufig im weiblichen Dating. Klar, dem einen ist es wichtig, dem anderen ist es weniger wichtig. Es wird natürlich auch moduliert durch dein eigenes Wertesystem, deine eigene psychische Verfassung. Aber ja, das gilt für viele Frauen total wichtig. Hat natürlich alles nicht unbedingt einen Grund in aktuellen, sondern in einer stammesgeschichtlichen Herkunft. Aber die können wir nicht mal eben, die können wir auch nicht nach 30, 40 Jahren Feminismus oder 50 oder wie auch immer, kann man die nicht mal eben ablegen. Da kann ich einfach sagen, es soll für mich keine Rolle mehr spielen. Also das wird noch viele tausend Jahre dauern, bis sich das genetisch verankert hat oder viele hundert zumindest, wenn es das überhaupt tut. Das macht mich wahnsinnig, finde ich extrem unattraktiv. Und die Punkte, an denen wir im Leben stehen, entwickeln sich immer weiter auseinander. Ja, weil du bist jetzt beruflich immer weiter vorne, machst vielleicht schon bald schon einen bottscher Professor. Und ja, und er hängt immer mehr zurück. Kann man ja sagen, die neue Welt würde natürlich sagen, die woke Welt, das musst du gut finden, das ist doch toll. Und ist auch ein Problem, was immer mehr Frauen haben werden, weil immer mehr Frauen besser ausgebildet sind als Männer. Das ist einfach so, das ist Fakt, ne? Und ja, aber man findet es halt nicht gut. Ich meine, die meisten Frauen wollen lieber ein bisschen nach oben daten, was Status angeht. Und ich würde jetzt nicht sagen, was immer wieder so die Red Pill immer wieder sagen, alle Frauen sind hyper, 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 nee, was heißt, hypergaben. Und jede will den geilsten Typen haben. Nee, es reicht, das sehe ich nicht so. Ich denke, es reicht, wenn der aktuelle Partner halt in seiner Polarität ist, ne? Und das kann auch der coole Jazz-Pianist von dem Mann sein. Also es muss nicht alles Bundeskanzler sein oder die Königin oder der König. Das reicht vollkommen aus. Aber hier ist halt, reicht es für dich halt nicht aus, ne? Es ist auch nicht unbedingt, ich glaube, persönlich glaube auch nicht, dass es immer so wirklich der Beruf ist, sondern die Mission, die damit einhergeht. Und hier hat, dein Partner hat keine Mission, ne? Der Eier hat rumnehmen und, ja. So, leider denke ich immer noch sehr oft an meinen Ex. Mal schauen wir mal, was der gemacht hat. Denke sehr gut aussehend, so wie sexuell attraktiv fand. Und der vier Jahre älter ist als ich. So und sehr intelligent und sehr erfolgreich. Okay, also merkt, dass dein aktueller Partner einfach abkackt dagegen. Dann sollte man sich das vielleicht auch mal ins Spiegel gucken und sich das einfach eingestehen. Und zu sagen, es hat irgendwie keinen Zweck, so, ne? Also weder finde ich ihn attraktiv. Intelligenz kann man auch so zu Status und Missionen rechnen, so, wenn es richtig eingesetzt ist. Wir schreiben uns auch immer wieder, ist das denn fair, wenn du, weiß nicht, dann beende doch die Sache und dann macht er, was weiß ich, ich mache da einen neuen Versuch oder suche dich jemand ähnliches. Aber wenn du an deinen Ex ständig denkst und dann noch mit ihm schreibst, ist auch nicht so ganz fair, ne? Er hat mittlerweile auch eine Freundin, bei der, ne, sorry, jetzt habe ich was übersehen. Ach doch, er hat mittlerweile auch eine Freundin, bei der er im Wesentlichen dieselbe Gefühlsunsicherheit hat, wie bei mir. Ach so, ach, das war wahrscheinlich auch in dem letzten Video, damit er, hab das jetzt nicht, äh, nicht im Kopf, nicht jedes meiner bald wahrscheinlich 1500 Videos. Gut, das war dann offensichtlich, habt ihr vom Bindungsstil nicht zusammengepasst. Also dann wäre für dich die Challenge jetzt, also nicht den Ex via zu daten, aber jemanden zu finden, der nicht dieses Bindungsmuster bedient bei dir, aber trotzdem genauso in seiner Priorität ist. Das wäre für dich das Einhorn, ne? Also er hat eine Freundin, bei der er im Wesentlichen dieselbe Gefühlsunsicherheit hat, wie bei mir. Und da schreibst du komischerweise gar nichts über seinen Beruf, weil das einfach keine Rolle spielt. Der war wahrscheinlich, also im Grunde genommen kannst du mit jedem Beruf komplett in deiner Polarität sein, wenn, wenn du Missionen verkörperst, ne? Wenn du, äh, auch so im, im täglichen Beisammensein, äh, in deinem ganzen Verhalten, irgendwie halt, ähm, Führung, äh, Konfliktfähigkeit, äh, diese ganzen, ja, was man heute gar nicht mal sagen darf, aber diese ganzen männlichen Qualitäten, die natürlich auch Frauen haben können. Es geht ja hier nur um die Dating-Polarität. Du kannst den ganzen Tag in der männlichen Polarität rumrennen als Frau, äh, in der Arbeit, weil es vielleicht muss. Das ist überhaupt kein Problem. Wir können da wechseln, nur in unserer, in Liebe und Beziehung wollen wir halt in unserer Lieblingspolarität sein, was auch nicht immer die ist, das biologische Geschlecht ist, aber das führt mal zu weit. Könnt ihr in meinem Polaritätskurs gucken, ne? Äh, oder in meinem neuen Buch, was dann irgendwann mal in einem Jahr rauskommt, ähm, aber, äh, ja, das, das, das ist so, ne? Äh, da, da spielt dann Beruf keine Rolle, weil er einfach, äh, ja, vielleicht sieht er auch gar nicht besser aus, sondern hat einfach diesen Wald, ne? Aber das ist natürlich schwer, also insofern ist es schon eine gute Frage, es ist unheimlich schwer zu trennen von diesen Bindungsangst oder, oder Bindungsstil-Themen, weil vielleicht findest du auch, kriegt er so einen Plus auch, weil er dir nicht zu nahe rückt, ne? Also das ist natürlich die nächste Frage, also es ist eigentlich diese, dieser kurzen Meldung, eigentlich diese typischen Fragen, die fast alle haben, glaube ich, bei mir auf dem Kanal. Ja, die Bösen, mit denen komme ich nicht zurecht und die Lieben, die mag ich nicht, ne? Und, ähm, ja, da gilt es halt weiter an seinem Liebeschiff zu arbeiten, das ist eben nicht von heute auf morgen getan, das ist harte Arbeit, ne? Deswegen guck nicht nur die Videos, mach die Facken Kurs, ich sag's immer wieder, äh, du hast zu hoher Wahrscheinlichkeit einfach bessere Ergebnisse, ne? Wenn du dich wirklich konsequent, äh, darum kümmerst und dann verschieben sich auch die Anziehungspunkte und, äh, ja, beziehungsweise man, ja, bekommt einfach mehr Grip in sein eigenes System, so. Ähm, aber letzten Endes gilt es halt, was dazwischen zu finden, jemand, den du attraktiv findest, der aber trotzdem, es spricht ja nichts dagegen, dass jemand, weiß ich nicht, committed ist, es sei denn, du willst es nicht, aber wir können jetzt nicht an dieser Mail irgendwie das komplette Bindungsangstthema, ich hab dir ja so viele Videos zu gemacht, es gibt so viele, drei Kurse dazu, ja, müsst ihr einfach mal gucken. Ähm, ich fühle mich zerrissen, weil ich es einfach nicht schaffe, mich dauerhaft auf meinen lieben Partner einzulassen, lieben in Anführungsstrichen, ja, aber du schreibst auch mit deinem Ex und das ist, äh, wie gesagt, wenn das jetzt irgendeine Traumbeziehung gewesen wäre, die aus irgendwelchen Gründen zu Ende gegangen wäre, klar, könnte man ja wieder anschließen, aber dann sollte man sich natürlich fairerweise trennen, aber da das ja offensichtlich Thema einer letzten, einer vorherigen E-Mail war, war es offensichtlich, vielleicht war es eine toxische Beziehung, äh, da sag ich natürlich ganz klar, warum schreibst du den noch? Ich meine, natürlich hat der Neue keine Chance, äh, keiner, das, das bringt gar nichts. Ihr müsst wirklich diese alten Sachen, die nicht funktioniert haben, das ist, da seid ihr auch, äh, zu weich zu euch selber so, ne, da müsst ihr euch sagen, es hat nicht funktioniert und es ist Feierabend, da wird die Tür zugemacht und verrammelt und fertig, ne, alle Brücken abgerissen, dass es weitergeht, dass man nicht immer wieder im Alten verhängt, so was, was soll dabei rauskommen, das war ja scheinbar der, vermute ich mal, der dich liebessüchtig gemacht hat. Warum schreibst du den noch? Das ist nicht das, was ich lehre, ne, also, ich meine, ihr könnt mir alle möglichen Fragen schicken, aber wenn ihr nicht das umsetzt, was ich sage, dann wundert euch nicht, wenn ihr keinerlei Ergebnisse kriegt, so, ne. Also, hast du vielleicht einen Rat, ja, äh, mach deine Hausaufgaben, ne, hör auf, Leuten hinterher zu rennen, mit denen es nicht gut gelaufen ist und wenn es der Mann hier nicht ist, also, wenn der dich nicht so kickt, dass du, also, wenn der dich so anträgert oder du noch nicht so weit bist, ähm, so jemanden zu daten oder, wie gesagt, ja, du den von vornherein nicht attraktiv genug fandst, dann, äh, schleif ihn nicht durch die Beziehung und fang nicht an, so einen Dreieck hier zu konstruieren, indem du schon mit dem anderen schreibst, ne, wir wissen doch, wo das hinführt, ne. Ist jetzt meine ehrliche Meinung, vielleicht ist natürlich immer, bei jeder Mail kann ich auch nochmal sagen, ähm, ist natürlich immer die Gefahr, dass ich manche Sachen nicht hundertprozentig verstehe oder falsch, äh, muss die falsch rüberkommen, also, das müsst ihr für euch dann, wenn ihr so eine Mail schreibt, natürlich nochmal zusammen puzzeln, was ihr daraus mitnehmen könnt und was nicht, aber, ja, danke, dass du geschrieben hast und sei, was ich immer wieder sage, äh, lass dich nicht ablenken von deinem Weg und das ist, also, man vertut nur Zeit irgendwie und man kommt nicht weiter, ne. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.